Mauriz Adolfi Gaidon war ein französischer, geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Kaua. Leben Mauriz Gaidon studierte Literaturwissenschaften an der Universität von Burgund. Er galt als erstklassiger Pianist und wurde mit dem ersten Preis im Fachklavier am Conservatoire de Musique de Dion ausgezeichnet. Nach seinem Literaturdiplom trat er in das Priesterseminar in Dion ein und studierte an der katholischen Universität Lyon Philosophie und Theologie. Am 29. Juni 1956 empfing er die Priesterweihe und wurde in das Erzbesturm Dion inkardiniert. Von 1957 bis 1960 war er Präfekt am kleinen Seminar in Flavigny S.U.R.O.C. ein und war ab 1960 Vika in der Pfarrei Herz-Jesu Dion. 1962 übernahm er die Professur für Fundamentaltheologie am Priesterseminar in Dion und war von 1966 bis 1973 dessen Superior. Papst Paul VI. Er nannte ihn am 13. August 1973 zum Titularbischof von Seberga und zum Weihbischof in Besancon. Der Bischof von Dion, André Charles de la Brosse, spendete ihm am 30. September 1973 die Bischofsweihe. Mit Konsekratoren waren Marc-Armendallier, Erzbischof von Besancon und Bernardin Ganten, Sekretär der Kongregation für die Evangelisierung der Völker. Vom Amt des Weihbischofs in Besancon trat er am September 1974 zurück und wurde von Papst Paul VI. Zum Weihfahrtsdirektor von Parallemonial ernannt. Gaidon hatte bereits seit Anfang der 1970er Jahre Kontakt zu der katholischen Bewegung. Gemeinschaft Emanuel Am 20. Mai 1977 berief ihn Paul VI. zum Weihbischof in Otter am 20. Januar 1987 ernannte ihn Papst Johannes Paul II. Zum Bischof von Kaua. Papst Johannes Paul II. nahm am 4. Februar 2004 sein altersbedingtes Rücktrittsgesuch an. Gleichwohl engagierte er sich für das Heiligtum unserer lieben Frau von Rokamadur. Er war Mitglied des Ständigen Ausschusses für Wirtschaft der französischen Bischofskonferenz. Er war Berater des Päpstlichen Rats für die Kultur. 2006 war er Konsekrator bei der Priesterweihe bei der Priesterbruderschaft St. Petrus in Wigratzbad. Mauriz Egaidon wurde am 21. November 2011 in der Kathedrale Saint-Étienne in Kaur bestattet. Schriften La Spiritualité du Sacré-Cœur in Un évêque référence et entre chaiserie navaudé les glises Editions DL Emmanuel 2007 ISBN 978-2353890064 1. 5. 5. 7. 7. 9. 9. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 12.